Herzlich Willkommen! Oktoberfestzeit in Köthin. Auf dem Markt ist ein großes Festzelt aufgebaut. Die Stimmung kocht. Hier kommt bei Rhein auf der Bühne die Betcher-Tour. Die Morgen für die Party auf den Tischen wird schon getanzt. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt noch ein bisschen vor. Was also auch auffällig ist. Viele in den typischen Kasten. Wir haben bestimmt gerne getan. Köthin kommt vorbei. Die Party läuft in Köthin auf dem Marktplatz. acaktion! Das Team sind viele, viele Köthin wieder heute. Zum hypoth� selektrieren Schiff. Das Team ist ein Champions-Sage-Gasunning. A Kamera için population! Die jest same-sage-S refuge. Die Krügel, die Krügel! Die Krügel, die Krügel! Also nicht täuschen lassen von den leeren Tischen. Eben, als ich drin war, waren die auch voll, aber die sind jetzt ab der Tanzfläche. Jetzt muss ich eine kleine Frage stellen. Wir sehen von der Bühne ein bisschen schlecht. Haben wir denn heute Abend Frauen da in Küthen? Ach, die Mädels. Wir kommen mal zurück. Es sind zu wenig, die geschrien haben. Haben wir heute eine Flamme in Küthen? Das macht das Ganze noch ein bisschen schöner. Man muss gar nicht so weit fahren. Für eine gute Stimmung. Ein gutes Oktoberfest. Und man kann mittlerweile auch hier in Sachsen-Hanalf. Superfire. Dann geht's nach vorne. Die Jungen sind alle gemischt. Die Jungen sind alle gemischt. Die Jungen sind alle gemischt. Einmal 9,15 Euro, geht also auf, und da ist die halbe 5 Euro, da rückt es noch jemanden. Werde ich noch geküsst, danke schön. Also, meine Damen und Herren, das ist ein kleiner Einblick vom Oktoberfest in Köthen.